Es ist immer toll, hier zu sein. Wir lieben Berlin. Wir haben viele Freunde hier. Vielen Dank für den Willkommen. Es ist fantastisch, hier in Beliebt zu sein. Es ist blauer Himmel, schönes Wetter, viele Leute. Es könnte nicht besser sein. Wir lieben die Stadt. Wir haben viele Freunde hier. Wir kommen hier viel. Es ist immer gut, um hier zu finden. Es ist großartig. Ich liebe Berlin. Ich bin froh, dass ich den Film presentiere. Es ist ein weiterer Platz. Einen Tag näher zu den Leuten, die es gesehen haben. Es ist so intensiv. Es ist schrecklich. Es ist wirklich Spaß. Wir sind ziemlich stolz davon. Wir denken, dass es das Genre auf den Kopf ist. Die Leute werden viel Spaß haben. Er ist wirklich einer der größten Stars, aber gleichzeitig ein unglaublicher Mensch. Er ist ein wahnsinnig charismatischer, sehr gut aussehender, dazu noch sehr begabter und sehr intelligenter Mann. Der hart arbeitet. Und der, ich glaube, jedes bisschen seines Erfolgs verdient hat. Er ist ein Cinephile. Er ist ein wirklicher Liefer von Filmen. Er ist ein konsumenter Student. Er ist immer sehr interessiert. Und er hält die Bar sehr hoch. Es ist so viel Spaß. Es ist großartig. Es sind große Bilder, die man wirklich im Kino sehen sollte. Er ist so großartig. Es ist so großartig. Es gibt international waters. Es hat international cast. Es hat vieles zu tun. Es ist ein originales Material, welches es rarer diese Tage. Es ist ein besonderes Film. Was wir für Sie sind den Most Intense Film, das Sie schon sehen können. Wir freuen uns auf Sie sehen. Ich freue mich. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020